So Leute, nächste Aufnahme-Session, hoffentlich kein Absturz, also nächstes Glück sozusagen, ne? Ähm, wir versuchen jetzt weiterzumachen, ohne dass wir irgendwie abstürzen oder so und... Soll ich's nochmal sagen? Soll ich's nochmal sagen? Diese Session wird die letzte sein! Nein. Ach ja, Technologie, irgendwas, ich weiß, das hatten wir alles schon mal, es ist jetzt ein bisschen her, seit ich das letzte Mal gezockt habe. Aber, ja, irgendwas, ich weiß nicht, was ich bei dir gemacht hab. So. Das heißt, dieser Part hier wird erstmal ein bisschen langweilig, schränke ich mal, weil die ersten hier zwei Sachen, weil das hier eigentlich immer genau das gleiche passieren sollte. Äh, ach ja. Machen wir mal Abfahren. Weil dann... Ja, 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 ich weiß, dieser Zerstörer ist unnötig. Kann der überhaupt noch? Der kann nicht mehr kunden, ne? Ne. Es leckt aber alles hier gerade so ein bisschen. Obwohl ich's extra nochmal ein bisschen länger laden gelassen hab, damit er halt nicht abstürzt, so irgendwie nochmal 10 Minuten, nachdem er halt die Bildschirm hatte. Warum ist hier die 1 drunter und hier die 1 drauf? Das merke ich gerade. What the fuck? Äh, wo bist du eigentlich? Du bist da. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden, muss ich sagen, leider dazu. It's so. Äh, ich komm hier nicht durch, ne? War das nicht so? Ja, ich komm hier nicht durch. Ähm, das weiß ich, ich mach einfach mal Bereitschaft. Oh, die Spagette. Spagette. Ähm, ich muss, glaub ich, mit ihr hier hin, oder? Das leckt nicht wirklich. Alter Schwede. Jetzt hier ist doch schlecht. Ich weiß. So, was, was gibt's denn noch hier? Hier gibt's doch Flugzeug und so weiter. Trager, ähm, Bautripper und so weiter. Hm, machen wir mal ein Monument. Und, ähm, ähm, da Produktion, äh, da Produktion, ne? Apollopulogramm, ähm, wir wollen aber nicht den Wirtschaftssieg, ne? Äh, machen wir mal. Forschung. Was, was, wie weit sind wir denn beim Kultursieg? Siegfortschritt. Wir haben drei, zwei müsste ich noch, müsste ich noch. Das heißt, mal gucken. Da, hier geht der ganz leicht noch. Und dann machen wir Wirtschaft. Wirtschaft. Na, wir führen erstmal Wirtschaft ein. So, das heißt, es dauert noch ein bisschen, oder? Wie viele Runden noch? Noch 16 Runden bis zum nächsten Arsenal. Wir hätten eigentlich das Opernhaus nehmen sollen, ich weiß, aber wir machen über... Ich dachte gerade, hä, what the fuck, der kann das nicht erforschen, weil da nur ein Strich daneben stand und keine Zahl. Aber klar, ist ja logisch, weil das ja eigentlich unnötig ist, äh, irgendeine Zahl hinzuschreiben, wenn es eh unendlich dauert. Hm, du könntest auch mal dich hier, äh, bequem hier hinzufahren, ne? Nee. Fahrräder Ihnen. Döö, 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 döö. So, neun Runden. Ich wollte gerade voll husten, nein, weg husten, aber nee, das ging nicht, weil ich Runden sagen musste. So. Ich sag mal lieber nichts dazu. So, Atlas Huf, Jäger. Ach ja, du kannst jetzt weiterfliegen, ne? Und wir haben immer noch hier nicht die Runde. Alter Schwede, wie lange dauert denn eine Runde jetzt? Ach so, das. Was? Habe ich nicht gerade Stellungswechsel gesagt? Ah, okay. Wie lange dauert denn so ein Schrott? So ein Schrunz. Eine Runde lang. So, was? Du musst auch mal Bereitschaft machen. Du musst auch mal Bereitschaft machen. Ich weiß nicht, ob wir den Kultursieg wirklich hinkriegen werden, weil Kultur ziemlich schlecht aussieht, weil jetzt erst die nächste Runde schon wieder ist. Wir brauchen irgendwie mal vier Minuten für eine Runde. Und das heißt, eine Aufnahme-Session macht vielleicht eine Politik, eine Sozialpolitik und eine Asozialpolitik, weil es gibt ja auch immer das Gegenteil. Schweinfurt steht hier rum, sehr schön. Oh, die Möwen, Möwen. Oh, Fischi, Fischi. Oh, Schäfchen, Schäfchen. Oh mein Gott. Ein Gegner ist in der Nähe. Ja, das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Friedensvertrag. Abgelaufen. Wow, wow, wow. Ähm, Kurven, komm. Luftangriff. Luftangriff. So. Wo muss ich nochmal hinfliegen, um weiterzukommen? Ich glaube, ich muss nach... Beinfurt erstmal. So. Okay, hier ist auch nochmal ein Jäger. Ähm. Ähm, Luft. Die Marineeinheiten. Komm. Rinder. Äh, Friedensvertrag ist abgelaufen. Äh, ich muss mal gucken, wie... Äh, wo war ich eigentlich? Ah, da. Da bin ich. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Können wir eigentlich auch anfangen. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon gemacht haben, weil... Wie gesagt, ich hab wieder vom Autosave gestartet. Von 530. Die Lücke hab, dass sie immer irgendwie kurz davor abkacken. Äh, wir können auch mal eine Produktion wählen. In der Produktion ist hier auch... Rutscher auf Forschung erstmal. Forschung. Forschung. Was sagt der Z. Äh, vom 2. Räuten. Kumulativ zu dem komischen Ding. Überall Forschung erstmal. Der Jäger. Die Jäger brauchen alle Hilfe. Jäger. Jäger. Ich dachte gerade schon. Alter Schwede. So. Gut. Äh, du machst auch mal Bereitschaft, ne? Du hast ja sonst nichts zu tun. Nein, nicht nächste Runde. Wer war das? Ich möchte nicht nochmal einen Fehler machen. Ich glaub, das ist Niederlander, oder? Ich mach einfach mal einen Maastricht. Klick drauf. Dann leckt es. Dann muss ich leider dir den Krieg erklären. Tschüss. Tschüss. Weil du hast... Was macht meine Doppelklickmaus schon wieder? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ja, unsere Stadtstaaten. Aber der hat uns nicht den Krieg geklappt. Weil er keine Stadtstaaten mehr hat, weil ich die alle habe. Pech für dich, Maastricht, Harlem, Shake. Wie? Warum hat er Harlem? Nicht euer Ernst. Das sind andere, ne? Das sind Per... Persien ist gegen ihn? What the f... Oh, war es unser Schiff? Wahrscheinlich schon. Ach, der hat auch noch Probleme mit Persien. Bist du bekloppt? Alter, ist der bekloppt. Oh mein Gott. Aber wir haben ja hier unsere zwei Zerstörer. Na da leck mal noch rum. Warte, bis die Runde vorbei ist. Mann. Ja. Leck doch noch mehr. Danke. Es leckt nicht mehr so stark, aber es leckt noch. Oh Gott. Oh Gott. So. Ich möchte doch mal mit den Hunden fertig werden. Das ist ja unmöglich. Das ist immer so lange dauert. Sollte man nicht mehr episch machen, sondern ein bisschen schneller. What the fuck? Warum so weit weg? Äh, Sichtweite. Du machst mal Bereitschaft. So, da ist der Zerstörer, den ich haben wollte. Aha. Der kann auch angreifen. Das ist nicht zu knapp. Was ist dieses Grasland, ne? Okay. Und damit haben wir Harlem schon. So. Okay. Er kann uns nichts mehr anbieten, was irgendwie nutzvoll wäre. Oder nützlich. Was auch immer. So. So. Da, 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 da. So. Der Zerstörer kann auch mal nach unten schwimmen hier. Vom Astrich. So. Während du mal dich verpisst. Nämlich hier hin. Oh yeah, mein Gott. So. Was wolltest du? 91 Schaden. Warte, das ist meine gute, oder was? Das ist meine gute Fackel. Das darf nicht sterben. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Heil dich mal. Dö, 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 dö. Dö. Ah, ich habe noch meine Jäger. Dö, 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 dö. Ein Jäger. Angriff. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. Hat er 4,5? Nee, das ist ein... Bei mir ist da so ein Fleck auf dem Monitor. Was so aussah, dass er 4,5 hätte. Aber hat nicht 4,5. So. Bäm, bäm, bäm. Sehr schön. So. Was kannst du... Natürlich kannst du mal das Gerichtsgebäude... Wir haben 100... Wir haben ein goldenes Zeit, Alter. Habe ich gar nicht gemerkt. Achso, das ist da. Gut. Jetzt weiß ich, wo ich... Ach Mann, das leckt so hart. Ich weiß nicht, wieso. Mann, ey. Dieser Leck, das nervt mich gerade ziemlich. Alter Schwede. Ich mach mal kurz so. Dann leckst du nicht mehr. So. Wir spielen jetzt mal eine Sache so. Dann leckst du nicht. Dann ist alles schön. Und vielleicht schützt du dann auch nicht ab. So. Ja, jetzt hab ich bloß ein kleines Problem, weil ich mich nicht mehr zurechtfinde. Das ist Schweinfurt. Gut. Du, ach ja, da sind die zwei Jäger, die ich da vorsehen. Na, was war nochmal? Altair. Gut. Ich wollte mir ja angewöhnen, Shortcuts zu benutzen. Nächste Runde. Vielleicht geht's sogar so schneller. Na, verarbeiten denke ich mal nicht, aber. Gegner ist in der Nähe. Schön. Scheiß drauf. Da, da, da. Ba, da, ba, da, ba, 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 ba. Ruckelhackfress ruckelt noch rum, denn Ruckelhackfress haut mich nur um. Wow, nach 14 Runden. Oh. 101 von unserem goldenen Zeitalter. Fuck. Das dauert doch noch länger. Ja. So. Oh, eigentlich, äh, seid die Jäger eigentlich noch relativ gut in Schuss, ne? Ja, ja, du vor allem. So, jetzt kann der auch mal angreifen und dann haben wir's. So, und dann leckt er schon und wir haben Maastricht. Große Persönlichkeit geboren. Yay. So, leck, 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 leck. Seid verflucht. Ich hatte auch mein Volk vom Joch, durch Fremde zu befreien und jetzt wird's weiterhin unter eurem Leiden, ja. So. Tschüss. Jetzt bist du auch weg. Leider müssen wir Napoleon oder wir müssen eigentlich Darius besiegen. Aber jetzt haben wir auch hier so ein kleines Stückchen Land. Weil, hier, wir brauchen eigentlich hier Darius müssen wir unbedingt besiegen, weil er einfach hier unser gesamtes Handelsnetzwerk zerstört. Aha, so ist das. Nein, dich brauche ich nicht. Ja, Moderne. Wo sind wir? Wir sind ein Klassik. Wir sind Atom-Selt, der hat erst Moderne erreicht. Ist nicht euer Ernst. Ähm, gibt's hier irgendwas, was uns schnellere Kultur macht? Wissenschaft. Ach so, da war die Wissenschaft. Äh, enthüllt die gesamte Karte. Nee, Mobrilo. Kultur. große Künstlerpunkte, Recycling. Aber bringt zwei Aluminium. große Feierwald, Kampf und Schraube wäre natürlich auch geil. Ich weiß nicht, ob der über Wasser konnte, wäre aber irgendwie logisch. Wer nicht böse, 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 break. Brauchen einfach, break, denn die break, die break sich rum. Wir machen, Bibliothek, weiß ich, dummer Witt, der, 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 Bautrupp. Oh, ja, 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 warum? Auch nicht. Ausruh, droht euch einfach aus. Kein Bock mehr auf euch. Du auch. Wir müssen uns eigentlich auf den Krieg mit Persien gefasst machen. Das Problem ist, dass er jetzt ziemlich, ähm, das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde den heilen. So, dann werde ich mit dir mal hier hingehen und du kommst mal ins Reich. Gut, das hat jetzt nicht so viel gemacht. Oh, und der Zerstörer, der Zerstörer kann schon mal hierhin fahren. Dann halt hierhin. Der Erste Zerstörer. Der, der, ja, ihr könnt alle pennen. Der zweite Zerstörer, der heizt sich. War der eigentlich andere auch schon angeschlagen? Kann schon sein. Du heizt dich. Du machst zitzitz. Du heizt dich. Du machst zitzitz. Nee. Du machst, läufst einfach. So. Nächste Runde. Endlich wieder. 13 Runden. Wir hätten nicht so viele Städte haben sollen. Wir hätten so alle zerstören sollen. Du musst halt immer eine da lassen. Aber hier sind Uran und Uran brauchen wir. Das muss ich gleich kaufen, das Gebiet. Wir haben so viel Kohle, ey. Das ist ja nicht die Möglichkeit. So viel Kohle. Wir brauchen noch mehr Kohle. Geld. Wir müssen leider alle bis auf einen da lassen und dem lasse ich nur die Hauptstadt. Das ist ja nicht die Hauptstadt.